Deutsche Krankenhäuser haben inzwischen 113 mit dem Coronavirus infizierte Patienten aus EU-Partnerländern aufgenommen. 85 davon wurden aus überlasteten französischen Gebieten nach Deutschland gebracht, 26 aus Italien und zwei aus den Niederlanden. Für Kranke aus Italien sind noch 81 weitere Betten reserviert und für Frankreich sind es weitere 13 Betten. Das teilte das Auswärtige Amt der dpa auf Anfrage mit. Die Patienten wurden teils mit der Bundeswehr Luftwaffe nach Deutschland transportiert. Im italienischen Neapel ist zudem seit Mittwoch ein Team der Universitätsklinik Jena im Einsatz. Den Angaben des Auswärtigen Amts zufolge wurden außerdem bereits sieben Tonnen Hilfsgüter, darunter Beatmungsgeräte und Atemmasken, nach Italien geschickt. Deutschland hat auch Spanien angeboten, Intensivpatienten in deutschen Kliniken aufzunehmen. Wie es aus dem Auswärtigen Amt hieß, sei die spanische Regierung auf dieses Angebot aber bisher nicht eingegangen, da der Fokus derzeit noch auf der Umverteilung der Patienten innerhalb Spaniens liege. Es gäbe aber eine privatwirtschaftliche Hilfsinitiative der Klinikgruppe Helios, die am Montag ein Team sowie Beatmungsgeräte nach Madrid geschickt habe. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2020